Du blutest. Ich hab noch einen Mini-Penis. Ja, Mini-Penis hast du nicht. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Hunt Showdown. Bernd und ich haben die ersten Runden überhaupt gespielt seit dem vollen Release. Und es sind ein paar chaotische Sachen passiert. Und die Schneidweise habe ich mal überarbeitet. Ich wollte mal gucken, wie das bei euch jetzt ankommt. So ein kleiner neuer Schnittstil wollte ich auch bei Hand einbringen. Es sind mehrere Runden gleich, die ihr dann sehen werdet. Leicht erkältet, da aber noch nicht, aber es ist gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wenn ja, lasst es mich gerne in die Kommentare wissen oder beim Daumen-Like-System. Ihr wisst, was man. Auf jeden Fall viel Spaß bei Hunt Showdown und sehr viel Fail und Funny Moments. Was? Oh, hier kann... Oh, hier kann... Ah, nee, die Spinnen kann ich gar nicht. Gar nicht. Ich bin viel zu Alkohol. Ich bin viel zu Alkohol. Ja, auch. Ja. 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 Ja, das war es eben. Mhm. Lol. Was? Ein... Da... Die leuchten pink bei mir, die Zombies. Pink bei mir leuchten die Häuser von ihnen alle pink. Okay, du hast auch... Geil. Geil. Ne, okay, jetzt, wo du gerade gesagt hast, du fühlst dich alt. Ich hatte das letztens, meine kleine Schwester hatte Besuch Und die nur so Wir haben Welpen behalten von unseren Wir hatten ja Hunde Welpen Haben wir Welpen von behalten Und da hat sie Hat sie gesagt Hat sie so gesagt Die Freundin von meiner Schwester Dann hier Ella erinnert mich Voll an diesen kleinen süßen Hund von Kika und ich nur so Clifford und sie so Hieß der so, googelt das Der hieß wirklich so und ich nur so Vor uns, vor uns, vor uns Direkt vor uns Oh Mann Ist jetzt auf meiner Leiche Genau auf meiner Leiche Scheiße Armbot Scheiße Ich würde eigentlich am liebsten ja die Camero haben, ne Oh ja, apropos Jäger Wir können ja jede Runde neu Ja Stimmt Rekruzilien Jäger neu generieren Oh, alle ne Romero mitm Clio Winfield, Winfield Du bist mein Bitch Du bist mein Bitch Ich nehm den kostenlosen und mach ne Runde mit dem kostenlosen Ich hab nen harten Lümmel gerade Harten Lümmel? Ja, noch nicht Du hast auch so ein Stufe 2 Spieler gekriegt oder was? Ne Ich hab einen Ich hab Winfield Sniper Neggend Schalldämpfer Und Fächer What the fuck? Und den darf man bis zum Elfjahr behalten, weil die nicht sterben Bernd, jetzt seh ich uns im Jetzt Ich hab noch ne Kettenpistole Alles klar, easy game Los geht's Ich nehm jetzt mal ein 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 Ich nehm jetzt geht's los Wir müssen wenigstens auf wen beschießen, müssen wir auf wen nicht Alles klar Ficken Weiß nur Ja, ich Ja, die kommt Einer kommt Einer kommt Der ist auch auf dir Ja, er kommt Ich töte ihn jetzt Gut Der kommt auf dich zu gerannt Shit So, ich bin bereit Der ist direkt unter dir am Turm Ja, die Treppe hoch Shit, habt ihr verloren Unten, Bernd, direkt unten Unten bei dir Äh, W Was ist da los? W W W Hilfe Wo soll ich runterkommen? W W Direkt W unter dir Ja, ich Bei mir unter mir ist nicht Ich seh nicht Ja, Hilfe Hilfe Bernd, Hilfe Ich komm runter Ich komm runter Buster Ah Tod, Tod, Tod Boah Hiffe? Hier ist noch der Hinweis Den hole ich eben Ach Bernd Der ist hier Die Spinne Ich bin tot Scheiße Spieler Ja Level 12 War rechts von mir Mann Ja, dann ist er da oben Dann rechts war er gerade Kannst am besten abwarten bis er da wieder rausrennt Ja Ja Nice Warst du Frau? Ja, da kommt Hallo Ja, da wird der Völker sagen Ich bin mir nicht sicher Warum hab ich dir nicht besser getroffen Warum hab ich dir nicht besser getroffen? Warum hab ich dir nicht besser getroffen? Warum hab ich nicht aufgepasst? Das hätte ich mir auch fragen können Ja, okay Ah, Mann Ehert muss man auf alle Spiele Ach, nicht nur auf einen Scheiße 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 Ist auf jeden Fall deine Runde bisher gewesen, Bernd Ja, zwei Kills Ja, zwei Kills Zwei mehr als ich Ja Im ersten hab ich nicht Hergekriegt Die zweiten hab ich schon komplett verkackt Ich weiß noch nicht, was ich machen soll Ja So würde ich dann auch mal versuchen Andeuten, dass du mich aufhebst Also einmal Kurs Dass er denkt Okay, jetzt muss er pushen Ah, da Oh Scheiße Nein Scheiße Scheiße Oh Manni, schade Aber Du, das sind jetzt alle Spekulationen Verkackt ist verkackt Ja Jetzt passt sich auch wieder besser auf, ey Das war einfach scheiße auch hier Oh, eins zur Vertragsspende Ja, alles klar Ja, alles klar Ja, das hat Ja, acht Spiele Das gehen einfach Die anderen acht Spiele gehen jetzt alle runter, Brudem Keiner tross hier zu spielen Wollskopf Waffenlager auch, Alter Könnte viel auf Englisch stellen Ja, ich finde das Deutsche auch komisch So ungewohnt halt Ja Äh, New Battery Äh, New Battery Oh, das heißt ja New Battery Oh, die Namen sind komisch Genau wie Sweetsbell Getreidemühle Naja Das ist so denklich, weil du Deutsch und Englisch in einem Satz Ja Ja Der hat man wenigstens sagen Müller oder so Ja Aber deutsch, der Name ist Rick Bells in den deutschen Subkan Du warst ja gerade Oh Pink Der Hühnerstein war Pink Die Ja Das von O Ok Hier Ok Ok Hier können Spieler sein werden Oder gewesen sein, weiß ich nicht Weil die Tür auch offen ich weiß nicht ob das mal zufällig ist und was sie auch nicht mit den Türen früher wusste ich doch auch Janik du Alter ich bin als habersüchtig Alzheimer süchtig ja beschleichen das Gumpel ich bin gegen mich das nicht gleich los wie geil das aber aus wie das weißen Leuchten schwarze Frau weiße Leuchten hast du was ging schwarze Frauen? ne den Kontrast fand ich nur cool das finde ich besonders schön hier einzelne Steine sind pink hier wieder ein pinker Zombie das halbe Gebäude ist pink aber ich liebe diese Textur ja bei mir ist die kleine Gebäude pink mit dem bestimmten Großen ja bei mir ist das große große Haupttor aber ich finde schön wir wollen es ab wir wollen es abwechselt dadurch richtige Texte passt du nix und andersrum ja ja das ist das ja aber auch nicht die Spinn ich glaube hier ist es hier ist ich hole den Hinweis ja ich will den Hinweis spinneverband bei uns bei uns bei uns bei uns bei uns ja ja oh krasser Scheiß naja rein und gleich töten oder wie ja einer ist draußen einer ist ok das am Fenster steht es doof aber wir müssen auf jeden Fall ne gute Posi schon mal raussuchen oh Gott ich kann mir nicht weg oh shit gute Posi Mama ich hab noch du blutes ich hab noch einen Mini Penis ja Mini Penis hast du nicht hehehe Alter ist es das Hauptgebäude wo ich jetzt gerade drauf gucke oder ja ja da da aus dem Fenster geschlossen also einer ist oben also auf jeden Fall einer mehr weiß es nicht achte und der Fleischkopf geht so in deine Richtung ja der Fleischkopf ist weh bei mir oh Gott nicht hat so einen oh Gott der Fleischkopf scheiße also ich kann auch nie zwei gleichzeitig musiken oh die Blutecke oh die sind jetzt richtig scheiße weil die so weit ausschweren bin tot geil Level 1 Sparks fick mich hart ey man so viel dumm so viel dumm ja jetzt sind wir auch wieder dumm von mir warum bin ich denn da oh Gott ich kotze mich grad für selber an ohne Scheiße wenn ich eine andere Person wäre ich würde mich grad ich würde mich glaub ich grad schlagen auf jeden Fall der Rest von dir Mann okay das war der andere Hörer 1 Cabine Wetter die Frauen Silhouette oder Normale ne Normale Mann Silhouette der Körper brennt ja Mama fick dich oh man wär ich aufgestanden hätte sie mir auch wieder ich muss das lernen dann aus der Hocke raus zu gehen ja ich war auch in der Hocke es ist halt leiser aber roh auch ja 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 ja